es kommen auch die Mosse ist auch da wo ich die Zombie-Kammer und das war den Moster und ihr mitnehmen ganz zu tun nämlich auch das kreis toll ist aus Lapps-Lazuli machen das weiß ich nicht gar nicht Blöcke die richtig haben auch schon war damit so auch machen genau so wollen ganz ähnlich sein dass Prozent die Mops-Borner neuerdings im Multiplayer richtig verpackt sind ja das egal wie viele dahinten machst dann fackeln die spawn welche Koordinate seid ihr äh du kannst einfach neben der Haupthöhlen Eingang gucken da ist so ein Gruber von so einem Creeper und da führt eine Leiter nach unten okay das ist sie nicht und alles freck äh ist das da wo viele Creeper drauf stand nein äh am Eingang ne oben ach schon wieder Jungs wieso seid ihr unter Meer wir sind nicht unter Meer ich bin unter Meer nein nicht unter sondern Lars und Ben ist unter Meer wir sind beim Ops-Borner bei dem einen da wo ich die Falle gebaut hab genau war es da wo die Pilze sind Marcel ich hab mir das mir noch nicht angesehen ich wollte das mal sehen nein das ist nicht da wo die Pilze sind Marc gut ich hab keine Ahnung wo ihr seid sehr schön es freut mich immer wieder zu hören ja ich gehe einfach mal erforschen weil mir langweilig ist vielleicht hier wo eine Treppe runter geht und dann nein what the fuck das ist eine sehr tolle Konstruktion die Zombies hier so auf weiß ich bin hier grad voll hart am niesen und so und dann mucken die mich hier an und Murdox sind Jo guys what the fuck Atock zu machen seid ihr beim Spinspawner reingegangen äh nein ihr seid ja bei der Haupthöhle runtergegangen oder mit wem fragst du denn ja euch ne wir sind rausgegangen nein oh Skelettos raus Skelettos Imposibile soll ich dir zeigen mal wo die sind komm mal hoch ich bin auf dem Weg unmögliches Skelettos Imposibile Scheiße meine Spitzsack ist gleich dauernd ja impossible also ich kenne den einen Weg hier runter ne das ist halt in Französisch ist es impossible und hat auch unmöglich das heißt im Lateinischen auch unmöglich nein nein Kinder 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 ich hab einen oh ne hier waren wir schon mal gut Hallo Hallo Ato ja hier wird also viel gelabert boah ja wenn wir mit 6 Leuten am össeln sind dann ist das auch kein Wunder ey Mark mal hier kommen wir hin wo gut wie das Schild das Heft Prozent riesiger Gang weißt du was wozuher bist du ich bin jetzt in diesem riesigen Schacht das ja ich bin ja gar nicht erst auf dem Weg ich frag mich gerade was Laster tut aber ist ja wahrscheinlich nicht sowieso total verplant und irgendwie über mir ist irgendwo Zaratu so irgendwas wollte ich jetzt machen nachher ich wollte mal die Mobfalle besuchen oh mein Gott also auf zum Dorfbronn nein zu viel Zombies wollen besuchen inspizieren sozusagen ah Ben ist beim Zombiespawn ja ich bis weg da bist du am verkacken oder ja ja gerade da jetzt geht's wieder ha 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 da tut das vorgehen kommt da hüpfen an ok wer hat es gerade über mir Zombies ah ne ha die Mobfalle tötet über mit Zombies woher wo geht ha ha was sie wollen wieder hoch hier ja wie man sieht sie funktioniert ganz wundervoll wo kommt man hier wieder hoch ja komm doch mit hier Marc ja ja die war doch gerade eben nicht offen da musst du rein ey ich soll mich hier nicht runterdrängen ey das sind grad wirklich vier Zombies auf einmal gespawnt wo auch immer hier sein da müsste man Zombiespawner in den in den Dings reintun ich weiß nicht wo Zombiespawner welche Etage seid ihr welche Etage seid ihr denn er Stefan wo bist du gerade unterwegs egal ich hab's grad irgendwie geschafft zum Hauptmann auf zu lügen ich hab dich doch hier gerade gesehen ich wollte in der Höhle unterwegs warum und was für eine Kiste hast du gerade geöffnet alter was und meine Kiste die war die Hälfte gebaut Alter bis mir ist irgendwie verarschen geh doch ja wenn du mich he 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 geht das so was tust du hier Stefan ja geht doch alle jetzt geht doch ah hier sind auf einmal unsere Samen hm wie kommt das unsere Samen sind auf einmal hier ne ich hab da unten so als Überraschung wollte ich eigentlich so eine Art Privatfahrer anlegen hey Jungs wo lagern wir Edelmetalle keine überall Mann wie hast du das gefunden ernsthaft du hast das doch ganz gut versteckt eigentlich äh ich war gerade an der Mobfalle jetzt wieso drängst du mich nach oben wieso kann man einen nach oben drängen ich frag mich wo die anderen alles komm runter komm runter ich zeig dir die anderen ich hab nur die ganze also hier unten ist die Kiste da wollte ich äh lol was ist hier los Alter hier ist ach hier unten ist direkt die Mobfalle ok wer hat mich runtergeschubst oh mein Gott Bastard hier hinten wollte ich was bauen also da fahre ich halt jetzt so Felder hin und so weißt du das ist hier los das ist aber ich muss jetzt los ne tschau tschüss Mann wer hat mich denn hier gerade eben runtergeschubst na ey ich verstehe was nein ich verstehe gerade nicht seht ihr ihn hier nicht seht ihr ihn hier nicht seht ihr nicht Stefan Stefan ist äh äh ja das wundere ich mich ja gerade toll er steht hier echt vor sagt er ist jetzt äh weg für immer wo seid ihr beide ich verfolge dich einfach ok jetzt geht ne Treppe hoch ah du kannst ja auch nicht den Koordinaten schrauben äh äh oder ich wo geht's hier dann yo alles klar alles fresh wow ich weiß nicht wo ich bin yo wir sind schon mal irgendwo ich weiß ach ich geh aber wieder runter ah wir sind hallo ich sterbe mach grad schnell selbstmordkommando a 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 Was macht ihr denn da alle? Ich will raus, jetzt geht doch Alter Du willst raus Sag mal, warum ist nur noch ein Minecart in der Minecart-Kiste? Äh, weil so viele hochfahren, aber nicht wieder runter Bis doch, tschüss Na, Marcel Das ist verbuggt, ich komm mit dem Minecart nicht mehr hoch Tja, das ist natürlich schlecht Ja lol, alle bauen sich einfach hoch Hey Ich komm nicht hoch, wie scheiße ist das denn? Ich muss mal eben noch einen Weg Ich muss mal eben noch einen Dings adden Tu das Ich adde eben noch Ich adde eben noch Ich adde eben noch einen Power Rail Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Oh da Mh, lecker Power Rail Om nom nom Just like that, huh? Om nom 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 Wie lange wollen wir noch aufnehmen, oder wollen wir Also ich hab Zeit So, wie sieht's denn mit unseren Slimes aus? Okay, na, warum geht das nicht an? Ich mein, eigentlich braucht man doch immer so Redstone-Fackeln irgendwie Aber es sind ja gar keine Redstone-Fackeln und trotzdem Doch, die sind da drunter, ich komm einfach mal zu dir Ah, na gut, dann macht das Sinn Ja, nee, ich hab's kapiert, ich weiß, wie man das macht, du musst mir nicht helfen Hallo Ich war sowieso auf dem Weg nach Hon Hey, du kommst du nicht rein Hey, hier war ne Music-Disc Die gehört hier? Die gehört hier? Die gehört hier, ja Ja, Moritz hat es ja gerade eine Bremse eingebaut Okay, und unserem Slime-Ding ist ein Creeper gesbaut Nein, die hab ich jetzt, die hab ich jetzt erst eingebaut Oh, der kommt hoch Oh, der kommt hoch Oh mein Gott Wer? Macht Platz, ich kann mich verdauen Da kommt die Treppe hoch, doch So, wir machen mal wieder eine kleine Tour hinter die Insel noch, ich hab Bock mit dem Boot zu fahren Hey, was für Insel, ey, warte auf mich, da war ich schon bei der Insel vor Und da hab ich die, da hab ich die, da hab ich die, da hab ich die, da hab ich die Hinter dir, hinter dir, hinter dir Wo seid ihr? Oh mein Gott Alter Alter Ich bin so Panik, wenn ich gegen Creeper kämpfe Ich versteh' ich überhaupt nicht, also versuch's nicht Wo bist du? Hä, ich war schon bei der Insel, ich hab da die, da die, die Landen gefunden Ich will jetzt einfach an der Insel vorbeifahren Kommst du mit Boto, oder was, oder wie? Ja, darum, wo bist du denn? Da muss der Boots machen, ich bin beim Haupt, äh, bei der Hauptkiste Im Hauptkiste? Okay, Leute, lassen wir mal die Fackeln holen Fackeln holen Nein Was, ich brauche Fackeln, ich hab noch 64 Fackeln Mach dir Boto und dann geht's los Brot? Brot hab ich auch dabei Oho Brot Ich weiß Das ist Brot Wäre Dieser Sohnuntergang ist so einfach göttisch Wir haben mal wieder jede Menge Ziegelsteine Okay, ich versuch's jetzt noch einmal Warum gibt's hier kein Holz? Warum gibt's hier keine Fackeln? Warum hast du eine Maske auf? Noch 64 Fackeln, wenn du welche willst Äh, ja, ich möchte Fackeln Ich möchte Holz, bei der Möglichkeit Dann musst du welches Farmen gehen Oh nö, da bin ich jetzt zu faul zu Wer braucht Holz? Moritz Ach komm, ich mach mal grad welches hier Zack, zack Klabeholz Ja, ich hab jetzt auch welches Okay Wir könnten auch in More Clay fahren, weil, beziehungsweise im Sumpf ist richtig, ne? Sumpf Ja, es nennt sich Sumpf Äh, da ist nämlich immer sehr viel Clay Das heißt, wir müssten zur zweiten Mine, äh, zur ersten Mine Ach, zu der ganz alten, da wo wir mal waren Moritz, willst du jetzt mitkommen, oder nicht? Ja, ich muss nur, ich musste mir grad nur Holz Aber wir warten auf die Nacht, ne, Moritz, oder wollen wir jetzt schon losfahren? Äh, Clay haben wir auch hier eine Mehrheit, ne? Doch, wir machen eine Nachtfahrt Ja, aber, äh, dafür müssen wir so übelst tief tauchen, weißt du? Oh, es ist Nacht Ja, naja, ich hol das dann mal Moritz Moritz Ja, wait a second Ich geh jetzt bloß zur Stadt und hier ist noch Clay I'm on a boat, man Bist du schon am Wasser? Gleich Das dauert noch ein bisschen Wir gehen mal mitfahren, Nachtfahrt oder so übers Meer hier Jo, ich gehe mit Nachtfahrt, okay Oh, ist wieder auch gerade Clay und da Oh, hier ist ja richtig viel Clay Niemals wollte ich jetzt, aber ich habe vergessen, was ich wollte Und guckt euch mal an, wie episch es ist, ist das nicht schön? Wo bist du denn, Marc? Hier, ich stehe hier auf dem Berg Aber mit dem Watershader meine ich das Ach, du hast schon dieses neue Dings da, ne? Du hast ja das Textrapack Ja, und Watershader, das hat absolut eigentlich nichts mit dem Textrapack zu tun Ja, ich weiß, aber trotzdem hat er recht, was er gesagt hat Was ja ein Textrapack in diesem Watershader enthalten ist Nein, das stimmt nicht Mist Kannst ihn auch aufs Enter Your Game Textrapack raufhängen So, wir fahren erstmal zur Insel dahin Mein Boot fährt gar nicht Meins noch nicht, meins ist noch ein bisschen angedockt Ich rutsche jetzt langsam Das schaut so dumm aus Du schaust auch dumm aus mit deinem Fragezeichen ins Gesicht So, es geht aus Wow, lass meinen Fragezeichen rollen Kann es irgendwie sein, dass der Match die Clay-Spawn-Rate richtig, der wer erhöht hat? Wie zuhörig denke ich die Scheiße? So, in dem du fährst Okay, der war gut So, ich überhole einfach Oh mein Gott, ich ertrinkte wieder Nein! Du bist gar nicht in deinem Boot drin gewesen, Ben Also bei den Dings war ich schon, ne? Also da brauchst du jetzt nicht anhalten So, dann zieh ich dran vorbei Oh nein! Oh nein, ich bin Titanic-mäßig Voll vor Oh Gott, nein! Ich fahre nach links und alle anderen nach rechts Toll Alter, was ist denn... Okay, man sieht, es ist eigentlich nur ne Alpha, Alter Was ist das? Da ist Kann man mit dem Boot auch sprinten? Äh, ich drück die ganze Zeit auf auf W Nö, ich auch Doppel W Ja, ich hab Nitro Nein, schwarz Oh nein, es geht weg Oh, bei mir ist es Ey, wenn ich dich ramme, dann knall ich ja zurück Oh Gott, ich sollte öfter auf meine Luft achten Ich ertrinkte hier schon wieder Und irgendwie kann ich jetzt auftauchen Leck Ja, bei mir auch Bei mir nicht Bei mir nicht Jetzt einfach unter Wasser fackeln, dann hast du wieder Luft Ich hab ja auch einen guten Ping Ja Wie kann das sein, dass du ne schlechtere Verbindung zu mir hast als dein Bruder? Okay, eigentlich hast du eine Haben ich und mein Bruder die beste Verbindung Und ihr alle drei habt einen Strich weniger Also das zweitbeste Also ich hab ja ne Fünferstrich Ich hab ne Fünfer Marc, du hast die schlechteste Ey, lol Ähm Siehst du das auch, dass hier jetzt unter Wasser überall das ganze Licht ist? Nein Äh, nein, ich seh keinen Lass es in die Sterne, die sich spiegeln Nein Guck doch hier drauf Ja, herzlichen Glückwunsch Ja, egal, ne? Ey, da hinten ist die Inseln Sie auch hat Licht Oh ja, es sind mehrere Inseln Du musst ne Fackel unter Wasser setzen Dann kriegst du auf jeden Fall schon mal Luft Und dann Ey, Marc, wir haben das Meer überquert Sind wir jetzt cool? Ja, guck mal, vor allen Dingen ist da hinten Licht oder so? Oder wie? Hey, ich bin auch dabei Bist du aber noch nicht drüben? Ja, fast Faktisch so Columbus-like Hast du ein Sohn, oder was? Yo Ah, ich brauch wieder Alter, was Alter, was Was leckt hier so? Nein, mein Boot! Mein Boot! Nein Ich rette euch Das ist wieder zur Luft Oh mein Gott Ey, das ist mein Boot, was du kaputt gemacht hast, du Auto Hoppala Mach's doch nicht kaputt Lass das Boot ruhle Ey, was? Geh raus Geh raus, das Boot Hier Geh raus Setz einfach ne Fackel unter Wasser Ey, wo ist mein Boot? Mach das Boot Alter Behinderte Toast Toastbrot Fünf Ja, Jungs, ich bin in drei Jahren wieder bei euch Mach mal eine Drehe Und ich legge mal wieder Wow Wozu? Jetzt will ich aber an die Insel, so Alter, ich drehe mich einfach die ganze Zeit im Kreis Du bist mir schlecht geworden Du siehst ja voll verhindert aus So, wo ist denn hier noch Clay? Da ist Clay So, ich glaube, man lenkt in die Richtung, wo man hinguckt Alter, hier ist eine Höhle, ne? Ey, fahrt mal hier rein in diesen Fluss Ja, das ist die Mine Achso, ok Oh Oh, daneben ist alles von der Clay Ich kann nicht reinfahren, wenn ihr da schon drin seid Ne, ich lass mein Boot jetzt hier Oder ich Ich lass's hier Ja, so ist gut Mein Boot ist relativ Oh, wow, wunderschön geparkt Seht euch das an Lassen wir es einfach so Lassen wir es so Mein Boot fährt Nein, mein Boot treibt ab Nein, das bleibt irgendwann stehen Ich sag's euch Egal, ich hab eh noch ein Boot Ja, ich fahr noch Ich hab kein Boot mehr in der Tasche Egal, das ist dann ein paar Meter draußen Ich weiß ja, wo es ist Ähm, was wollen wir jetzt hier machen? Noch warten, bis es Tag wird, oder? Oh, hey, ich geb den Critical Hit Wie cool ist das denn? Max, setzt mal ein Waypoint, ne? Ähm, Add Island Da ist sogar Platz Auf dieser Insel ist sogar Platz Marschroo, Marschroo Da sind Zombies, mach mal klatschen Ja, hier ist ganz viel Lehm Enderman, Enderman, guck mal Hey, ich guck ihn jetzt an, okay? Hier kommt dann hier vorhin und hilft mir, okay? Ja, hat Diamant, Schwerd Okay Das sind zwei, ne? Das ist ja klar Er kommt! Das sind zwei Stück, du Penner, das sind zwei Wo seid ihr Wichser, wo seid ihr Wichser? Ah, da, gut Drehr dich um Die Kalk, ich seh sie ja, wenn sie Ähm... Du musst dich wegdrehen, du darfst dich nicht angucken Dann teleportieren sie erst. Oder sie sterben im Wasser. Ja, dreh dich um. Wo ist er? Hey, wo ist der andere? Oh Gott. Alter. Wo? Ah, der hat Sand. Der hat Sand. Ja, die bauen auch alles ab. Aber als... Dann wirft er uns gleich auf den Kopf. Ich konnte schon wieder mal nicht auftauchen. Ey, irgendwie... Ah! Oh mein Gott. Hinter dir. Und schrei nicht so laut. Und hier ist eine Höhle, Jungs. Jungs. Jungs, hier ist... Das ist ein Creeper. Jungs, Jungs. Jungs. Hallo? Hier? Wartet kurz. What the fuck? Hier ist ein Loch. Hier ist auch ein Loch. Mark, komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Oh Gott, was ist das denn? Das Loch ist ja perfekt. Wie geil! Alter, was ist das? Wie geil das aussieht einfach mal. Wo habt ihr das große Loch gesehen? Ja, ich... Das hier! Warum ist das eine Redstone-Fackel? Weil ich die dahin gesetzt habe. Achso. Das ist nicht so richtig gut. Hat jemand was neu zum Essen dabei, weil ich... Hier ist eine Enderpearl. Was brauchst du essen? Ja, unbedingt. Sperrt doch kleine Hühnchen aus. Das sind Chicken Wings, man. Ach, sorry. Beste Chicken Wings. Ich jump jetzt hier mal runter. Bist du behindert? Nö. Ich weiß ja, was ich mache. Ich kann nicht sehen, weil die EP-Kugeln um mich... Ist da Wasser, oder was? Natürlich ist da Wasser. Oh Gott. Au. Wie kommen wir jetzt? Egal. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Hast du Eisen schon abgebaut? Ich bin schon. Komm, wir machen jetzt aus den beiden Sachen eins. So, jetzt darf ich erstmal...